Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 5. April 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Heute ist Neumond. Wir sollen zurückziehen, zur Ruhe kommen, nachdenklich sein oder meditieren. Worüber sollen wir meditieren? Über unseren Gefühlen. Wir sollen Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen, verabschieden davon und verinnerlichen das, was wir erreichen wollen. Wir brauchen ein Bild davon. Dann haben wir mal eine Vorstellung. Und die Einflüsse von Sternen versprechen gerade, dass dieser Traum wahr wird. Etwas, was wir planen, kommt jetzt in Form. Das klärt sich alles auf und wird auch Realität, genauso wie wir das vorstellen. Und diese Bilder sollen wir verinnerlichen, diese inneren Bilder pflegen, weil das kommt in Tat. Genau das wird Realität. Es kommt eine wichtige Botschaft oder Nachricht aus Ausland, entweder im privaten Bereich oder in politischen Ebenen. Diese Botschaft, diese Nachricht hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Und das war Dendera's Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nicht verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt. Und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht. Ein Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist. Dualseelen und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da. Das ist nicht für jede geeignet. sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht. Und ihr bekommt dann die Zugangsdaten. Ihr bekommt den Link dazu. Und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Interesse.